So dasselbe, ich zeige Ihnen in diesem Video, wie man behält sich in OPS mit OPS. Mit vier verschiedenen Personen in einem OPS-Schirmkampf. Jetzt fange ich am Anfang mit dem End um. Viel Spaß, Papa. Oh, jetzt muss ich nochmal, also die Intro. Ja, sorry für das Intro. Oh, irgendwo ist der Sehne wechseln, Sehne wechseln. So, jetzt. Und die ist oben. Opa. Okay, das kann ich. Okay. Äh. Vorsicht. Wahrscheinlich andersrum. Ja. Gut. Gut, ich muss mal. Gut. 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 Dieses OPS.nindia ist eine Möglichkeit mit Analogen, die vorne sitzen. Zummerzen. Das war vorbereitet. Also Marco, bitte klick. Gehe jetzt im Handy rein. Hier auf Handy. OPS nicht mehr. Also gestern. Da mache ich dann den Mikrofon. Und wieder meine Kamera. Meine Kamera und Mikrofon. Gehe auf Daten. Und nach geht es dir rein. Aus. 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 Wichtig, diesen Link zu kopieren, kopieren und dann bei diesem Gleichzeit, nach diesem Wechsel, äh, ach so, hier, da, und zwar hier, und zwar hier, und zwar hier, und zwar hier, oder hier, oder, und zwar hier, aber einfach mal direkt, ein Kim hurtm. und das sind sie bei allen. Das ist Top-Aufnahme, die gibt es OBS. Also die gehen die OBS. Top-Aufnahme gibt es hier, ich nenne es mal OBS. Jetzt, ja, geht das hier weg, mit Stöhnen, so, den linken Essen. Oh du, ja, jetzt muss ich warten. Jetzt muss ich, so, den Zimmel ausmachen. Okay, jetzt seht ihr halt, wie ich das mache. Und dann auf, bin schon mal ab. Oh ne, noch mal zurück. Mit, halt, und. Das ist so easy. Und dann, die ist hier. Hier. Am besten mal passt. Oh, ich weiß nicht, oh. Ich weiß nicht, oh, ich weiß nicht, oh. Joghurt, Joghurt. Oh, ich weiß nicht, wenn es. Bis hier geht'. Nichts gut. So close my eyes. Okay. Jesus es soll dig. Ich bin hier, der mich auf der Welt einst über den 6.10.5 Uhr. Willkommen zu Ihnen. über direkt hier ein paar Sachen aufhören und und hat man ok 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 hat man den hat man den jetzt zeige ich das nochmal also ihr habt den gehört so dann kommt man hier raus dann habe ich hier den linken den auf der Zentralseite von oben ist wo sie hinzugeflattet werden dann dann auf geht oder da und hier die 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 mit dann und wem wem magbar im OPS, die kurzglose Böckler möglich sein zu mögen zuschauen und nicht mini-IOF, die in den Qiplands machen. Viel Spaß beim Ausrumpfen und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, der Ton passt so und jetzt komme ich nochmal zum Outro. Und viel Spaß bis zum nächsten Mal. Ciao. Und vergesst nicht, zu abonnieren, die Klicke, die Glocke zu aktivieren und einen Daumen hoch zu geben und das Video teilen. Bis dann, ciao. Vielen Dank.